Stefan Meross offiziell bestätigt. Sie wird seine neue Anna Carina eiskalt ersetzt. Stefan Meross hat einen hübschen Ersatz für Anna Carina Wojciak gefunden. Das ging aber schnell. Nach der Trennung von Anna Carina Wojciak und dem prickelnden Flirt mit Evelin Bodecki scheint Stefan Meross erneut auf Frauenjagd zu gehen. Jahrelang war Anna Carina Wojciak die Frau an der Seite von Stefan Meross, sowohl beruflich als auch privat. Jetzt, wenige Wochen nach der schmerzhaften Trennung, soll der Schlagerstar ein Auge auf Vanessa Dollinger geworfen haben. Vanessa, wer, die 20-jährige Sängerin aus Kärnten trat 2022 bereits bei immer wieder sonntags auf und konnte mit ihren Hits verliebte Schlafen nicht und Feuerwerk erste kleine Erfolge feiern. Jetzt nimmt Meross sie unter seine Fittiche. Wir glauben, dass sie viel Potenzial hat. Wir wollen ihren Sound mit den Siegel-Kombinationen verbinden. Ich kümmere mich um das Management, von Ralf kommt die musikalische Unterstützung samt Plattenfirma, schwärmt er gegenüber der Bild von der dunkelhaarigen Schönheit. Klingt vielversprechend. KINDERGEM. 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 Untertitelung des ZDF, 2020